Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu zwei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo mit Detailanalysen zu Snowflakes, SoFi und Upstart. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video direkt im Wirtschaftskalender. Es gab in der Nacht das Bruttoinlandsprodukt fürs zweite Quartal aus China und auch China reiht sich jetzt ein in die globale Abkühlung, was die Wirtschaftsdaten angeht. Hier im abgelaufenen Quartal ein Wachstum von 4,7% und damit deutlich unterm Vorquartal, da waren es noch 5,3% und auch unter der wichtigen Schwelle von 5% Wachstum. Das müssen wir ganz genau beobachten. Heute die chinesischen Aktien ja auch etwas stärker unter Druck, unter anderem aber auch so ein bisschen noch im Fahrwasser. Eben der Attentatsmeldung um Donald Trump und der sehr stark angestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt eben der Präsident wird. Wobei man das ganz klar natürlich noch abwarten muss. Heute um 18.30 Uhr gab es da einen FED-Vorsitzenden, der Paul spricht. Und wir haben jetzt hier mal auf der rechten Seite 5 Tweets über den Tag verteilt, die ich durchaus spannend fand, die wir jetzt hier mal gemeinsam durchgehen. Und zwar hat sich zuerst FED-Speaker Goalsby geäußert. Man muss dazu sagen, der ist in diesem Jahr nicht stimmberechtigt und gilt eher als Täubchen, also als Dorvisch. Und er hat gesagt, Zinssenkungen sind bald gerechtfertigt. Das war hier der Tweet von Financial Juice auf der rechten Seite. Unten seht ihr dann eine Aussage von Jerome Paul, die ich durchaus spannend finde. Er hat gesagt, wenn die FED wartet mit der ersten Zinssenkung, bis die Inflation bei 2% ist, hat sie zu lang gewartet. Das ist ein wichtiger Satz. Er hat sich zwar heute nicht geäußert, wann die FED das erste Mal die Zinsen senken wird. Aber diesen Satz bitte einprägen. Die FED wird nicht warten, bis hier die 2,0% Inflation dastehen, bis sie das erste Mal die Zinsen senkt. Das ist auch etwas, worüber wir auf dem Kanal in den letzten Monaten immer wieder gesprochen haben, dass das ein ganz großer Trugschluss sein kann. Sondern die FED möchte zuverlässig Daten sehen, dass sie auf dem Weg sind zu den 2% langfristig. Links oben seht ihr Nick Timmy Rouse, der sich unmittelbar nach der Rede von Jerome Paul geäußert hat. Und zwar schreibt er hier, FED-Vorsitzender Jay Paul lässt eine Gelegenheit verstreichen, die Erwartungen zu ändern, dass die Zentralbank die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung stabil halten würde. Was nichts anderes heißt, als dass sich Jerome Paul heute nicht dazu geäußert hat, wann die FED konkret das erste Mal die Zinsen senken wird. Ein weiteres Mal hat er sich hier nicht dazu geäußert. Die Daten, die man allerdings zuletzt bekommen hat, schreibt auch Nick Timmy Rouse und schreibt auch Jerome Paul. Hier in der Mitte ist das der Tweet, dass die Daten, die man jetzt gerade auch wieder zuletzt gesehen hat bei den Juni-Inflationsdaten, durchaus die Zuversicht weiter stärken. Aber man wird sich jetzt hier konkret noch nicht dazu äußern, ob es möglicherweise im Juli, also am 31.07. schon soweit ist. Oder dann eben aber mit der beinahe 100% Wahrscheinlichkeit, die ja auch mittlerweile eingepreist ist von den Märkten im September. Rechts oben spannend, Goldman Sachs äußert sich auch jetzt zu diesem Thema. Und die sagen, warum warten? Die würden sogar bevorziehen, bevorzugen, dass Jerome Paul die Zinsen das erste Mal im Juli senkt. Hier mit der etwas eigenwilligen Begründung, um politische Voreingenommenheit zu vermeiden. Insgesamt muss man sagen, Zinssenkung der US-Notenbank, die stehen jetzt kurz bevor. Und auch in dieser Woche wird es nochmal eine wichtige Notenbank-Sitzung geben. Dazu kommen wir jetzt, wenn wir kurz die restliche Woche im Wirtschaftskalender uns anschauen. Morgen gibt es noch die ZDW-Konjunkturerwartungen in Deutschland und die Einzelhandelsumsätze. Beides wird eher etwas schwächer erwartet. Die ZDW-Konjunkturerwartungen sogar deutlich unter der Vormonatsmeldung. Am Mittwoch gibt es dann die Verbraucherpreise in Großbritannien und in der Eurozone sowie die Rohöl-Lagerbestände. Und dann am Donnerstag um 14.15 Uhr die Zinsentscheidung der EZB. Wobei hier ganz klar davon ausgegangen wird, dass die EZB die Zinsen auf dem aktuellen Stand von 4,25 Prozent belassen wird. Am Donnerstag auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Filifed-Herstellungsindex. Und dann natürlich die obligatorische Rede auch von Christine Lagarde. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Damit kommen wir zur Chart-Analyse. Wir beginnen mit den Rohstoffen und schauen zuerst auf WCI Crude Oil. Und der hängt hier nach wie vor so ein bisschen am seidenen Faden. Wir haben hier einmal den Aufwärtstrend. Und zwar kann man den hier sehr schön einstellen vom Tief im Juni und dann hier an diesem Berührungspunkt am 10. Juli. Und dann ergibt sich hier auch eine spannende Chart-Situation, nämlich jetzt ein kurzfristiger Abwärtstrend natürlich aus fallenden Hochs. Wir haben hier einmal das Top am 5. Juli und dann haben wir hier einmal nochmal diesen Backtest, dieser kleinen Top-Zone, sage ich jetzt mal. Das waren hier 83,70 Dollar. Denn Abwärtstrend ist im Chart. Hier müsste Öl ausbrechen, wenn es hier direkt nochmal neue Hochs geben sollte. Aber jetzt auch gerade im Angesicht dieser etwas abkühlenden Wirtschaftstaten muss man sich auch mal anschauen, dass hier durchaus auch ein bisschen Downside-Szenario im Chart gegeben ist. Und zwar nach wie vor, das ist ja auch das Szenario, worüber wir gesprochen haben, die A-B-C-Korrektur. Und das Ziel, wenn der Ölpreis jetzt aus aktueller Sicht, muss man sagen, auch diesen Trend bricht und vor allen Dingen hier die 81,40 bricht. Klar, schauen wir uns dann auch die 80,80 Dollar an. Das war das letzte Zwischentief, aber das Ziel ist dann durchaus zu sehen. Hier erstmal im Bereich um die 80 US-Dollar. Wir kommen zum Goldpreis und das ist einfach wahnsinnig stark. Jetzt gerade wieder ein frisches Verlaufshoch mit der aktuellen 8-Stunden-Kerze. Man muss hier in dieser Zone übergeordnet ein bisschen aufpassen. Das ist hier der Bereich zwischen 2.415 und 2.432 US-Dollar. Das ist das 78er, 88er Fibonacci aus Sicht des Allzeithochs im Mai. Runter ans Tief Mitte Juni. Und das ist jetzt hier eben der Bereich. Wir sehen es auch, die aktuelle 8-Stunden-Kerze wird wieder rasiert. Aber wichtig, hier ist ein Aufwärtstrend intakt. Das Momentum ist da. Höhere Hochs, höhere Tiefs sind da. Solange sich Gold über 2.400 US-Dollar aus aktueller Sicht, da wollen wir Gold ungern drunter sehen. Wir können die Zone auch immer ein bisschen weiter hinterher ziehen. Unter 2.400 US-Dollar ungern sich. Wenn sie sich aber hier drüber halten kann, der Preis über den 2.400 US-Dollar, dann muss man sagen, haben wir nach wie vor unsere Zielzone hier oben im Bereich um die 2.500 US-Dollar zumindest im Hinterkopf. Heiß gelaufen sind wir auch nicht. Alle RSIs zwischen 60 und 68. Gold hat hier durchaus Platz, muss man sagen. Und bereitet hier möglicherweise auch gerade den Breakout vor. Allzeithoch 2.450 und unter 2.400 Goldpreis besser nicht mehr. Wir kommen zum Bitcoin und der konnte über den Tag seine Stärke weiter fortsetzen. Es begann ja mit dem Attentat auf Donald Trump. Das war hier der Beginn der Rallye. Das war auch vor allen Dingen der Trigger, dass der Bitcoin hier tatsächlich aus der 200-Tage-Linie ausbrechen konnte. Deswegen bin ich mir aktuell auch noch nicht so richtig sicher, wie wir den derzeitigen Anstieg zu bewerten haben. Immerhin auch ein Anstieg, jetzt seit wir aus der 200-Tage-Linie ausgebrochen sind, um knapp 10% vom letzten Tief sogar, um knapp 20% angestiegen. Insgesamt auch aus Sicht der letzten 72.000 US-Dollar im Juni, genau am 50er Fibonacci. Das macht die aktuelle Preiszone hier jetzt auch so spannend, zusammen auch mit dem 88er Fibonacci aus 2022 quasi. Das ist hier auch der Bereich von 62.900 US-Dollar. Man muss das hier ganz genau beobachten, diesen Bereich. Es kann hier zu einem kleinen Dip kommen. Und was habe ich gerade damit gemeint, dass ich mir noch nicht so richtig sicher bin, wie wir diesen Anstieg hier zu bewerten haben, weil das Ganze möglicherweise so ein bisschen in Richtung politische Börse gerade geht beim Bitcoin. Und die haben bekanntlichermaßen sehr, sehr kurze Beine. Und so ist es wichtig, dass wir wirklich auf dem Zettel haben, dass er hier die Chance hat, eine wunderschöne inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu bauen. Wenn er sie bauen sollte, dann hätten wir als Target sogar den Breakout aus dem Trendkanal auf dem Schirm. Vor allen Dingen auch Kurse über 72.000 US-Dollar. Und wenn das hier technisch wirklich einwandfrei abläuft, dann würde uns der Bitcoin hier sogar anzeigen, dass wir vermutlich den Boden drin haben und auf dem Weg sind zu neuen Allzeithochs. Dafür ist es aber sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt hier uns auch die Preis-Action vor allen Dingen ganz genau anschauen. Wir sind jetzt unter der 50-Tage-Linie. Die ist hier genau bei 64.000 US-Dollar. Er darf hier dippen, aber wichtiger, als dass wir jetzt die Upside planen, ist hier ganz klar uns auch bewusst zu sein, wo wir den Bitcoin nicht mehr drunter sehen wollen aus aktueller Sicht. Nicht mehr unter diesem Aufwärtstrend, nicht mehr unter dem Tief der linken Schulter, nicht mehr unter der 200-Tage-Linie und damit den Bitcoin bitte ab sofort nicht mehr unter der Zone, könnte man sagen, von 58.000 US-Dollar. Wir kommen zum US-Dollar-Index und der festigt sich hier aktuell auf den Tiefs, die wir gesehen haben im Juni 2024. Wir sind durch den Aufwärtstrend gebrochen und damit ist prinzipiell jetzt unsere Harmonic hier aktiv. Wir wissen aber, dass im Rahmen einer Harmonic auch immer der Scheitelpunkt ein wichtiger Punkt ist für Gewinnmitnahmen, in diesem Fall Gewinnmitnahmen der Short-Impulswelle C zum D. Und das sehen wir jetzt aktuell gerade, dass hier jetzt eben Support ist, wo man auch Support vermuten musste. Aber wir sehen auch, dass wir unter der 200-Tage-Linie sind und das beobachten wir jetzt mal ganz genau. So eine kleine Gegenbewegung beim Dixi müssen wir durchaus auf dem Schirm haben. Aber hier ist auch ein ganz interessanter Abwärtstrend natürlich intakt und da müsste der US-Dollar-Index erstmal ausbrechen, auch aus der 200-Tage-Linie ausbrechen. Und das beobachten wir jetzt mal in den nächsten Tagen ganz genau. Wenn er hier sich wirklich harten Widerstand einfangen sollte bei einer Gegenbewegung, dann ist durchaus auch Tür und Tor geöffnet, dass er sich hier dann noch tief unsere Zielzone abholt. Es wäre prinzipiell ein Guardlay, also ein 78er Fibonacci-Target zu erwarten im Bereiche von 103,2. Das wären die Tiefs, die wir hier nochmal gesehen haben im März diesen Jahres, weil wir hier auf der B genau ein 61er Fibonacci hatten. Also grundsätzlich bleibt jetzt hier erstmal noch weiterhin der bearische Bias im Chart beim US-Dollar-Index, solange er nicht wieder deutlich ausbrechen kann über die 200-Tage-Linie. Wir kommen zu den Yields am Rentenmarkt und die möchten hier so ein bisschen anziehen, hat man das Gefühl. Das ist auch aktuell so ein bisschen das Thema, was eben gespielt wird rund um die deutlich gestiegenen Wahrscheinlichkeiten jetzt einer Trump-Präsidentschaft, weil man dort eben stark inflationäre Tendenzen in die Politik rein interpretiert. Und das könnte vor allen Dingen die Zinsen am langen Ende etwas nach oben treiben. Das muss man auch beobachten in den kommenden Wochen und Monaten. Keine Frage, gerade dann eben was die Yields angeht im zehnjährigen Bereich und darüber hinaus. Auch gerade wer in TLT investiert ist, muss wissen, dass hier umso wahrscheinlicher die Trump-Präsidentschaft wird. Möglicherweise das lange Zinsende tatsächlich nochmal ein bisschen steigen könnte und damit eben gerade die Anleihen am langen Ende etwas unter Druck geraten könnten. Derzeit hier bei der zehnjährigen ist unser sehr, sehr wichtiger Indikator der Bereich um die 4,25 Prozent. Da sind wir aktuell drunter, aber wir sehen hier, und das ist ein sehr, sehr technischer Chart, nur muss man wirklich auf die Details auch achten. Einmal sehen wir hier ein Kaufsignal bei den Yields in Gartley hier im 8-Stunden-Chart von unserem Harmonix-Scan. Und auf der anderen Seite haben die letzten beiden 8-Stunden-Kerzen durchaus so kleine verräterische Wicks an der Unterseite. So ein bisschen nimmt der Anleihenmarkt hier Gewinne mit. Und man muss auch dazu sagen, das war in letzter Zeit dann, wenn gewisse Levels und Strukturen brechen, zuletzt war es der Abwärtstrend, dann schieben die ganz schön an. Und hier kann ich mir gut vorstellen, dass wenn wir hier aus diesem Abwärtstrend jetzt ausbrechen und über die 4,25 Prozent, dann schieben wir ordentlich an in Richtung 200-Tage-Linie, potenziell dann sogar in Richtung großer Abwärtstrend, in Richtung 4,45 Prozent. Achtet bei der 10-Jährigen bitte ganz genau auf den Bereich um die 4,25 Prozent und drüber. Und drüber ist das Stichwort. Wir kommen zu den Aktienmärkten, beginnen mit dem Volatilitätsindex. Und der ist drüber und zwar über dem Abwärtstrend, über den wir zuletzt gesprochen haben. Es gab einen kleinen Fake-Out hier vergangenen Donnerstag, jetzt aber muss man sagen, sieht das Ganze schon ein bisschen nach Breakout aus. Denn es gab heute ein leichtes Gap nach oben mit dem Wix mit der ersten 8-Stunden-Kerze im Plus von circa 4 Prozent. Die aktuelle 8-Stunden-Kerze wieder im Plus von circa 2,5 Prozent. Also insgesamt vom Freitags-Close ist der Wix heute etwa 6 Prozent im Plus. Auf keinen Fall überbewerten möchte ich ganz klar dazu sagen. Im Großen und Ganzen ist das hier eine Range und wir wissen, dass es Bullish ist, wenn der Wix auf niedrige Niveaus in einer Range seitwärts geht. Das ist eben Einatmen, Ausatmen am Markt. Ganz normal milde Gewinnmitnahmen. Wenn der Wix über die 200-Tage-Linie ausbrechen sollte, also über 14,5, dann wird es ein bisschen spannend. Über 16 wird es sehr, sehr spannend. Dann laufen wir hier in Richtung des großen Abwärtstrends. Und dann gibt es eben ein bisschen stärkere Gewinnmitnahmen. Da gibt es möglicherweise eben eine kleine Korrektur am Aktienmarkt, die wir ohnehin Bullisher-Bias-Momentum hin und her so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Denn das kann man nicht oft genug sagen. Und ich werde auch aktuell in dieser Marktphase nicht müde, immer wieder daran zu erinnern, dass wir im Jahr 2022 und 2023 ab Ende Juli etwas wackelige Märkte hatten. Und man muss auch dazu sagen, 31. Juli ist diesen Jahres dann natürlich auch die Fettsitzung die nächste. Und das ist auch so ein ganz wichtiges Zünglein an der Waage, was wir natürlich auf dem Schirm haben. Ganz klar weiter den Markt handeln, den wir sehen. Vor allen Dingen auf die Supports achten und auf Momentum achten. Aber natürlich auch immer im Hinterkopf behalten gewisse saisonale Effekte. Und die haben uns in den letzten Jahren ganz klar gezeigt, dass es ab August so ein bisschen rutschig werden kann. Zumal sich der S&P 500 gelinde gesagt ein bisschen schwer tut an den aktuellen Levels. Aber das ist hier auch überhaupt keine Breaking News. Denn wir sind nach wie vor unter dem 161er Extension der gesamten Korrektur 2022. Wir sind hier nach wie vor direkt am ganz großen Kursziel vom S&P 500. Wir sehen auch eine ganz hinterhältige Preis-Action. Der Markt will nicht, dass man sich hier Short positioniert. Das sieht man eindeutig. Der Markt will zumindest nicht, dass man sich hier mit sehr, sehr engem Stop Short positioniert. Und sowas muss man immer ganz genau beobachten. Das sind ganz kleine Feinheiten, auf die wir hier bitte achten. Denn wir haben immer wieder diese kleinen Wicks über dieses Level. Nö, nö, du kommst hier nicht rein Short. Das ist die Message, die uns der Markt hier sendet. Jeder, der sich hier positioniert mit engem Stop, weil er sagt, na klar, hier ist das Ziel. Wir gehen jetzt Hardcore zur Downside. Nee, nee, das so einfach macht es der Markt uns nicht. Das kann man vergessen. Da wird man immer wieder abgefischt, aber auch wieder abverkauft. Also insgesamt diesen Bereich als große potenzielle Gewinnmitnahmezone auf dem Schirm. Wer hier hatchen möchte, muss ein bisschen die lockeren Shorts anziehen. Das ist hier einfach so. Du wirst hier nicht auf die Nachkommastelle in den Markt reinkommen zur Short-Zeit und bekommst dann den Big Short deines Lebens. So läuft das hier nicht. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Man muss sich das als Zone hier vor Augen führen. Und wenn man hier übergeordnet hatchen möchte, dann die etwas lockereren Hosen anziehen. Muss ich ganz klar dazu sagen, möglicherweise auch nur ein 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis hier mal auch in Kauf nehmen. Wer sich über dieses 161er Extension hatchen möchte, weil man hier dann auch ganz klar sagen muss, dass wenn dann etwaige Downside. Und ich rede jetzt hier nicht von diesem Mini-Dip, potenziell runter auf die 5560 oder potenziell dann auch von diesem Dip hier in dem Bereich um die 5400. Wenn hier wirklich mal ein Top drauf sein sollte und wir gehen in eine Sommerkorrektur, dann kann das durchaus von hier auch mal die Korrektur werden in Richtung 200-Tage-Linie, die aktuell bei 4950 Punkte läuft. Und so muss man sich eben übergeordnet hier positionieren, sich völlig im Klaren sein, dass das Momentum absolut intakt ist. Sich aber auch bitte im Klaren sein, dass hier wichtige Levels abgeholt wurden und dass der Markt eben gerne saisonal ab August ein wenig schwächer wird. Aber auch hier meiner Meinung nach nicht jetzt zu sehr in die Bärenhülle abstürzen und hier sagen, der Markt wird crashen, ich löse mein komplettes Depot auf und gehe all in short. Weil das gibt der Markt uns hier einfach nicht. Das muss man sagen, auch hier im ganz kleinen Bild. Das heutige Brick war ja wieder ein frisches Allzeithoch auf die 5667 Punkte. Also im Prinzip macht der Markt ja sogar weiterhin steigende Hochs, steigende Tiefs. Aber hat halt eben Probleme an diesem 161er Extension. Wenn wir es rausnehmen, dann spielen wir hier das nächste Mal einfach weiter Range Trading. Das hat man ja hier auch in diesem Bereich, wo wir die 5440 hatten bis 5520. Distanz der Range ist das Target. Ich habe es uns hier schon mal angezeichnet. Wenn wir hier ausbrechen sollten, wäre das nächste Kursziel die 5735 Punkte in etwa. Und vor allen Dingen halt dann einfach weiterhin diesem gelben Aufwärtstrend folgen, solange er intakt bleibt. Nächstes großes Ziel wäre das Top vom Trendkanal und die 5852 Punkte. Und wenn dieser gelbe Aufwärtstrend hier brechen sollte, dann schauen wir uns hier. Das ist hier auch vor allen Dingen ein Konkurrentlaufen mit der 20-Tage-Linie. Wenn er uns das hier zeigt, Bruch 20-Tage-Linie und Trend, dann gehen wir runter auf die 50-Tage-Linie. Das wird dann ein sehr, sehr wichtiger Support für den Markt, muss man sagen. Die 5400 vor allen Dingen, weil die Trendfolger randvoll sind mit Aktien. Und wenn es die hier unter die 50-Tage-Linie buxieren sollte oder den Markt unter die 50-Tage-Linie buxieren sollte, dann muss man hier damit rechnen, dass es die ordentlich rausspült. Und dann gibt es eben die etwas größere Korrektur übergeordnet. Dann durchaus auch mal denkbar, dass wir dann zurückgehen in so einen 5000-Punkte-Bereich und uns die 200-Tage-Linie abholen. Hab bitte dieses Szenario und auch die Komplexität der Situation auf dem Schirm. Und so muss man sich derzeit hier auch meiner Meinung nach positionieren. Im Momentum weiter ganz klar auf der Long-Seite das Ganze sich anschauen. Keine Frage, Gewinnmitnahme nicht vergessen. Und wer shorten möchte, bitte nehmt das hier an diesem Level nicht zu genau. Du wirst hier immer wieder ansonsten hinterhältig aus dem Markt rausgenommen und schaust möglicherweise dann wirklich, wenn es mal einen etwas schärferen Washout gibt, eben dann ausgerechnet zu. Wir kommen zum Nasdaq 100. Und hier achten wir im Prinzip auf die gleichen technischen Levels wie im S&P 500. Sprich 161er Extension ist das Top des Marktes aktuell. Das sind die 200, das sind die 20.000, Verzeihung 684 Punkte. Und dieser Aufwärtstrend ist tatsächlich auch ganz genau der gleiche wie im S&P 500. Hier hat er auch schon drei Berührungspunkte. Und das wird jetzt spannend. Wir sehen hier die aktuelle Acht-Stunden-Kerze. Es hat sich von der kleinen, ja man muss es hier sogar kleine Korrekturen nennen, weil es deutlich über 2% waren. Und zwar vom Hoch dieser Donnerstags-Washout könnte man auch sagen. Das waren hier sogar 3% vom Hoch ans Tief beim Nasdaq 100. Und hier sind wir jetzt wieder am 61er Fibonacci, dieser kleinen Downside abgeprallt. Ich zeichne uns das jetzt hier mal so als kleines aufsteigendes Dreieck schon mal ein in den Chart. Dafür ist aber wichtig, dass dieser Aufwärtstrend hält und dass der Nasdaq vor allen Dingen ungern unter 20.250 Punkte fällt. Unter 20.200 gibt es hier ganz klar den Backtest der 20.000 Punkte. Das könnte dann so aussehen, dass wir hier runterfallen, knapp unter die 20 Tage liegen. Und die obere Trendkanalbegrenzung dieses unteren Trendkanals antesten, das ist der seit dem 2022er Tief. Den haben wir hier auch schon als Support genutzt. Und solange der nicht bricht, muss man ihn auch weiter als Support sehen beim Nasdaq. Wenn wir da drunter fallen sollten, also diese Bewegung mit Backtest, dann wird es eine schärfere Korrektur. Erstmal in Richtung 50-Tage-Linie, 19.260, potenziell auch an die untere Trendkanalbegrenzung. Aber jetzt achten wir erstmal hier auf die 20.250 Punkte, die kann er jederzeit halten. Der Nasdaq möchte ich ganz klar dazu sagen, auch wenn die aktuelle 8-Stunden-Kerze vor allen Dingen hier im Multiple jetzt abgeprallt ist, wieder am 61er Fibonacci und damit durchaus ein kleines Warnsignal gibt. Nasdaq muss ausbrechen, wenn wir es aus bullischer Sicht sehen wollen, über 20.550 und dann vor allen Dingen über die 20.680. Und dann haben wir hier eine kleine bullische Zielzone im Chart zwischen 20.930 und 21.150. Und das haben wir uns gestern auch im Marktbriefing angeschaut, ist dann übergeordnet. Das Target unserer Cup with Handle-Formation. Wir kommen zum Russell 2000 und der Russell-Tier weiter ordentlich in den Norden. Wir sehen hier 2.198 Punkte, was natürlich ein neues Multi-Jahreshoch ist und auch ein neues 52-Wochen-Hoch-Selbstreden. Das sind jetzt die höchsten Kurse im Russell 2000 seit Januar 2022. Was uns aber natürlich halt auch im großen Bild weiterhin anzeigt, dass er weit weg ist von den Allzeithochs. Und dann natürlich auch weiter in einem großen Bild natürlich underperformt, was S&P und Nasdaq angeht. Aber jetzt hier gerade seit wenigen Tagen brutal angesprungen ist und förmlich so tut, als wäre die erste Zinssenkung schon in trockenen Tüchern. Und genau das muss man auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Der Russell nimmt jetzt hier aktuell einiges vorweg. Wir sind jetzt seit dem 9. Juli im Russell angestiegen. Um 8,7 Prozent der Tages-RSI ist bei 76, der 8-Stunden-RSI ist bei 86. Und man darf hier auch nicht vergessen, das war zuletzt extrem ungeliebt, dieser Index. Und der explodiert jetzt hier völlig. Sowas kann jederzeit nochmal so ein bisschen rückabgewickelt werden. Vor allen Dingen, weil wir uns jetzt hier der Gewinn-Mitnahme-Zone nähern zwischen 2.210 und 2.294. Die große Zone übergeordnet, wo wir dann sehr, sehr vorsichtig werden müssen aus Sicht der Allzeithochs in diesem Index. Das ist dann diese Zone. Das sind die 2.283 bis 2.366. Das ist das 88er Fibonacci. Und seid euch sicher, Mensch, die Nebenwerte, die sind so scharf auf die 88er Fibonacci. Wenn wir dieses Level sehen, da rechne ich mit einer übergeordnet stärkeren Korrektur beim Russell 2000. Ob es das top ist, müssen wir sehen. Aber dort müssen wir extrem vorsichtig sein. Das gibt uns hier mittelfristig aber noch circa 8 Prozent bis zu, wichtig, bis zu 8 Prozent Aufwärtspotenzial im Russell 2000. Die Projektion zeigt es uns aber an. Der läuft uns hier schon wieder so ein bisschen davon. Ich habe hier durchaus eine gewisse Abkühlung auf dem Schirm. Wir sind jetzt ausgebrochen für den Moment aus dem 61er, 65er Fibonacci aus Sicht der Allzeithochs, also aus der Golden Pocket. Das ist eine wahnsinnig bullische Entwicklung, die wir hier sehen beim Russell über den 2.144. Was aber definitiv nicht heißt, dass er sich hier nicht jederzeit abkühlen kann. Mensch, kühl dich hier ab, Junge, über diesen Levels. Das möchte ich hier fast reinbrüllen in den Chart. Das wäre wahnsinnig bullisch. Darf natürlich vorher auch noch im Extremfall sogar das 78er hier oben abholen. Klar, keine Frage. Vor allen Dingen, wenn wir hier über 2.210 ausbrechen, dürfte es direkt nochmal einen kleinen Shortsqueeze geben im Russell 2000. Was ein bisschen kritisch wäre, wären aus aktueller Sicht, muss man sagen, Kurse unter 2.144. Verbieten kann man sie ihm nicht, vor allen Dingen so extrem, wie wir hier gelaufen sind. Aber kritisch wäre es, wenn er sich hier abkühlt. Das wäre prinzipiell noch nicht das Problem, wenn wir danach nicht mehr ausbrechen können aus dem 61er Fibonacci. Das würde dann die Gefahr bergen für einen Top hier im Markt. Wir kommen zum deutschen Aktienindex und der kühlt sich hier sehr, sehr schön ab. Und zwar nach diesem wunderbaren Impuls, den wir zuletzt gesehen haben, kommt er jetzt runter. Durchaus sportlich, aber auch der Anstieg war sehr, sehr sportlich. Und man muss sagen, wir hatten auch genau hier in der Projektion, in dieser Zone, einen Dip auf dem Schirm. Und zwar ist das hier die Zone aus Sicht des Allzeithochs runter ans Tief der Korrektur. Genau 78er bis 88er Fibonacci. Ja, und hier kühlst du dich einfach mal gerne ab. Du testest jetzt hier gerade im DAX die Golden Pocket als potenziellen Support. Du testest hier gerade im DAX den Breakout aus dem Abwärtstrend als potenziellen Support. Und das ist hier absolut nichts, was mich beunruhigt, möchte ich ganz klar dazu sagen. Was mich ein bisschen beunruhigen würde aus Sicht dann ganz klar auch hier bitte nicht ignorieren. Das kann jetzt hier und sowas musst du dann auf dem Schirm haben. Immer erstes Hoch, zweites Hoch, Doppeltop. Naja gut, dann kommt da irgendeine gewisse Korrektur. Das müssen wir ganz klar dazu sagen. Wenn er sich jetzt hier ein Hoch eingefangen hat, sich festfrisst an diesen Levels, dann wird es kritisch. Erster Trigger dafür wäre, wo wir vorsichtig sein müssen unter der 50-Tage-Linie. Der DAX hat da jetzt eigentlich nichts mehr verloren. Das sind die 18.470. Da ist auch der 20er-Schnitt im 8-Stunden-Chart und auch die wichtigen 18.500 Punkte. Auch wenn wir hier mal ins... Mal ein bisschen rauszoomen. Ist das hier ganz genau der Point of Control? Ja, das ist hier sogar im Volumenprofil, wenn wir uns den Bereichen mal anschauen, unter dieser potenziellen Top-Bildung, ist das ganz genau der Point of Control vom Volumenprofil. Also die 18.500 Punkte sind wirklich ein sehr, sehr wichtiges Level für den DAX. Die braucht ihr unbedingt auf eurer Watchlist. Und mit Preissalarmen, da hat er nichts mehr drunter verloren. Da darf er reinstochern, da darf er reindippen. Und das wäre halt wahrscheinlich prinzipiell, auch wenn wir uns hier mal den letzten Anstieg abmessen. Ja, ganz genau das 50er-Fibo des letzten Anstiegs. DAX keine Kurse mehr unter 18.500. Und wenn wir uns mal die 18.500 hier als Faustformel nehmen und hier den Impuls ansetzen, naja, dann haben wir als Ziel sogar Allzeithochs vor Augen, nämlich den Bereich um und bei 19.000 Punkten. Wir kommen zum Hang Seng Index und hier scheppert es heute ordentlich vom Verlaufs hoch. Am Freitag ist der chinesische Index über 3% runter, ist jetzt auch unter den wichtigen 18.000 Punkten, ist jetzt sogar unter den wichtigen 17.940 Punkten, die ja das 23er-Fibonacci der letzten Korrektur darstellen. Wir waren am 38er, knapp am 50er. Eigentlich wollen wir unter das 23er nicht mehr fallen. Man muss sich das jetzt hier wirklich ganz genau anschauen, denn ansonsten droht hier sogar nochmal der Washout auf neue lokale Tiefs beim Hang Seng Index. Und die wären hier ja dann gegeben, wenn er runterkommen würde in den Bereich um die 17.400 bis 17.200. Das wäre dann der Backtest der 200-Tage-Linie beim Hang Seng Index. Da muss ich sagen, hat er drunter wirklich nichts mehr verloren. Und auch dieser Aufwärtstrend, der soll hier wirklich intakt bleiben. Ansonsten ist das wirklich nach wie vor nicht ungefährlich in China. Muss man ganz klar dazu sagen, hier ist auch eine kleine Harmonic, die sich jetzt hier ausgespielt hat. 64er B, Doppelboden, dann hier oben, naja du warst genau am 88er, Fibonacci dieser Pullback. Ist jetzt hier keine große Breaking News, das ist hier kein großer Schock. Wir hatten das auch am Freitag im Rahmen der Projektion eingezeichnet. Die Frage ist jetzt, bleibt das hier ein Pullback und wird das hier vor allen Dingen dann wieder impulsiv gekauft? Im Extremfall darf er natürlich diesen Breakout aus dem Abwärtstrend backtesten, keine Frage. Aber wie gesagt, unter der 200-Tage-Linie hat dieser Markt jetzt wirklich nichts mehr verloren. Das war so ein langwieriger, zäher Kampf, da drüber zu kommen. Die möchte ich sehr, sehr gerne jetzt als Support bestätigt wissen. Wir kommen zu den Einzelaktien und wir beginnen mit Paypal. Und in einem Affenzahn bricht die Aktie heute aus der 200-Tage-Linie aus. Na, so ganz euphorisch kann man leider noch nicht sein. Aber man muss dazu sagen, die Projektion, sie setzt sich hier tatsächlich fort bei Paypal. Aber jetzt muss man wirklich sagen, jetzt Butter bei den Fischen und vor allen Dingen in Hosen runter. Paypal Bullen, habt ihr hier wirklich das Zeug dazu? Diesen durchaus heute ereigneten Breakout aus der 200-Tage-Linie. Die letzte 8-Stunden-Kerze hatte nämlich wirklich mal so ein bisschen Pfeffer. Da gab es nochmal einen Dip genau runter ans Tief unserer Projektion. Und dann durchaus mal so eine 2-Prozent-Geschichte, so ein 2-Prozent-Anstieg. Die 200-Tage-Linie ist bei 60 Dollar und 60 Cent. Aktueller Kurs 60 Dollar und 80 Cent. Und man muss wirklich dazu sagen, hier unter der 200-Tage-Linie, ja, da darf es zäh gehen. So eine Akkumulation, die dauert mal. Das ist durchaus was, was man hier tolerieren kann und tolerieren muss. Aber jetzt über der 200-Tage-Linie gehen wir hier bitte ein wenig Gas mit Paypal. Die Projektion ist unverändert im Chart und bleibt dort natürlich auch. Und die sieht jetzt vor, dass wir als nächstes Ziel den Bereich zwischen 62 und 63 US-Dollar auf dem Schirm haben. Die 50-Tage-Linie. Dort muss man sagen, darf sie sich nochmal ein bisschen abkühlen. Das ist dann hier diese Konsolidierung, die ich auf dem Schirm habe. Das darf dann durchaus auch nochmal in Richtung dieses Aufwärtstrends gehen. Aber dann gerne der Breakout. Und das wäre dann hier der wichtige Breakout, der über 63 bis 63,50 Dollar. Von hier muss man sagen, da kann sie dann in einem Rutsch durchziehen in Richtung 68 US-Dollar. Das allerdings dann der übergeordnete Kernwiderstand, wo es die Aktie auch nochmal gilt, komplett neu zu bewerten. Und was wir natürlich bei Paypal nicht mehr sehen wollen, ist komplett obligatorisch. Nicht mehr unter die 200-Tage-Linie fallen, wobei das hier noch sehr, sehr wackelig und sehr, sehr frisch natürlich ist. Aber du hast es jetzt geschafft. Breakout über 8 Stunden, über die 200-Tage-Linie auf 8-Stunden-Basis. Und die aktuelle dippt sogar nochmal drunter. Das darf sie immer und immer und immer wieder machen. Das ist kein Problem. Aber keine 8-Stunden-Schlusskurse jetzt mehr. Unter 60,60 Dollar und dann aber wirklich diesen Impuls zeigen. Denn du bist dann auch langsam, auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, zumindest im 8-Stunden-Chart nach so einem Impuls in Richtung 50-Tage-Linie wieder heiß gelaufen. Und wirst dich vermutlich abkühlen müssen. Und da braucht es immer ein bisschen Fallhöhe. Und idealerweise eben dann die Backtest-Möglichkeit der 200-Tage-Linie als Support. PayPal hier in ganz, ganz langsamen Schritten, möglicherweise aber in die richtige Richtung unterwegs. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu Tesla und hier müssen wir ganz genau hinschauen in den kommenden Tagen. Bei uns im Discord wird gerade auch schon heiß diskutiert. Ist das jetzt hier gerade die Welle B, die fertig ist, die nochmal eine Korrektur braucht, eine Welle C zur Downside? Oder ist das hier möglicherweise bereits der Boden gewesen und Tesla bricht aus in Richtung neuer Höchststände? Wichtig ist also neuer lokaler Höchststände dann in Richtung 278 bis potenziell 300 US-Dollar. Man muss hier dazu sagen, dass sich Tesla jetzt heute mit diesem Gap vor allen Dingen auch nach oben und mit diesem Anstieg hier genau das 88er Fibonacci, dieses kleinen Flash Crashs abgeholt hat. Flash Crash deswegen, weil die Aktie hier durchaus 15% abgestürzt ist vergangene Handelswoche. Und das beobachten wir bitte ganz genau. Der Short Squeeze wird sich fortsetzen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Wenn Tesla hier die 266 bis 269 US-Dollar rausnimmt, dann denke ich, werden uns auch die 278 US-Dollar hier dieses kleine Zwischenhoch aus dem September nicht unbedingt aufhalten können, sondern dann denke ich, hat die Aktie eine gute Chance in Richtung 300 US-Dollar zu marschieren. Aber wichtig und wir zeichnen uns jetzt hier mal das absolute Worst-Case-Szenario ein, was hier passieren könnte, wenn Tesla hier jetzt ein kleines Zwischenhoch eingezogen hat und wir jetzt hier vor allen Dingen im 8-Stunden-Chart ein kleines Doppeltop sehen, nämlich natürlich A, B, C, D. Wenn du hier runterkommst, das wäre dann hier sogar nochmal eine Möglichkeit im Rahmen von einem 78er Fibonacci diesen Aufwärtstrend anzutesten. Und dann hätte Tesla von hier sage und schreibe knapp 30% Korrekturpotenzial. Hab's auf dem Zettel. Ich muss dazu sagen, hier oben jetzt unter diesen Widerständen würde ich mich bei der Aktie nicht einkaufen. Auch dieses Gap nach oben, es ist mir heute nicht unbedingt besonders sympathisch. Was mir allerdings schon sympathisch ist und was man immer auf dem Schirm haben muss, das ist diese Gewaltkerze hier im 8-Stunden-Chart. Das ist hier alles vereint. Das ist einmal eine Piercing-Kerze und vor allen Dingen auch eine Bullish-Engulfing-Kerze. Gap nach unten und alles aufgeholt, was die letzte Kerze nach unten kaputt gemacht hatte. Und das muss man ganz klar auf dem Schirm haben. Sie darf hier auch zum Beispiel sich jederzeit nur noch ein bisschen mild abkühlen, um hier diesen Bereich nochmal anzutesten. Möglicherweise das heutige Gap zu schließen. Über 250 US-Dollar kann man sagen, wäre das hier grundsätzlich nochmal als gesunde Abkühlung zu werten, wenn sie dann hier zeigt, okay unter 250 geht's nicht mehr, dann können wir gesund weitermachen mit Anstieg. Aber man darf hier auch nicht überrascht sein, wenn sie wirklich härter abkorrigieren sollte. Die Tesla-Aktie macht nicht nur in eine Richtung Tesla-Dinge. Das muss man ganz klar auf dem Schirm haben. Und was auch ganz klar aber die Aussage ist, über 266 bis 269, da dürfte die Zielzone sich dann erstrecken in den Bereich um die 300 US-Dollar. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.